Ja, jetzt geht es weiter mit einem neuen Paar von Pokémon von Mutz und Weiß, wir sind hier in der Arena stehen geblieben und ich habe noch mal meine Pokémon geheilt, ich bin ins Pokkenzimmer gegangen jetzt ist mein Ganouwie nicht mehr paralysiert und das ist sehr wichtig weil sonst bin ich ja immer langsam dann ist mein Ganouwie immer als zweiter so, jetzt kommt jetzt gleich noch ein Trainer, Trainerin wie gesagt, das ist eine Elector-Arena, habe ich alles im letzten Fall gesagt Elezebra, das ist einmal spannend und Elezebra und Elezebra ich setze Nitro-Ladung, weil sonst habe ich einen anderen Tag, wenn ich nur noch Funken sprung und Nitro-Ladung, ja, äh, Nitro-Ladung, Rückzug-Kippung, aber die sind ja nicht so stark wie Nitro-Ladung und ja, er hat das jetzt auch eingesetzt aber ich bin immer schneller und deswegen muss ich auch diesen Kampf gewinnen also er landet jetzt ein Volltreffer aha, danke so, jetzt kann ich Rückzug-Kippein setzen das ist Down-Bit jetzt, was passiert hier? wo ist meine Bahn? hey wo ist meine Bahn? da ist sie oh, da sind Trainer drin rasant zu einer Achterbahnfahrt und genau so, rasant geht es jetzt bei unserem Pop-Kampf zur Sache mal sehen, ob es rasant geht oh, schlimm ist er, ok, er gibt uns sehr viel Geld schnell sind jemand, die tippen, die uns viel Geld geben schnell sind jemand, die tippen, die uns viel Geld geben Nitro-Ladung oh oh, es kann gefährlich sein hoffentlich killt es mich nicht wow, Glück gehabt so, hau ab und geh down so, hau ab und geh down Glück gehabt so, jetzt schnell mal LZ-Pro rein und dann tausche ich es sofort aus dass mein LZ-Pro sicher dass nein, das ist verfolgen, nein ey, so eine Missgeburt wartet kurz Leute ok, wieder da äh, jetzt gehe ich es halt ein das macht schon relativ viel Schaden ich bin überrascht so, jetzt kriegt nur mein Ganobil die EP aber das ist auch gut denn im 2-Level entdeckt sich auch Ganobil so, jetzt heile ich nochmal LZ-Pro so und weiter gehts rein ja, was hab ich gesagt und gerets den jetzt kommt ein Trainer dann wettt ihr nein, was hab ich gesagt Ein Mädchen ist es, das hört man schon an der Musik, oh nein, hier hat der Scheißvogel da. Ich hasse Erfolgen, wenn ich es ausgetauscht hätte, wäre ich jetzt wieder down gegangen, ey, das kann ja nichts, du siehst ein heilig zuerst, dass es nicht sofort down geht, was jetzt Doppelteam ein, so hoffentlich geht das jetzt nicht, wenn ich jetzt austausche, ich wusste jetzt, ich wusste jetzt einfach, es muss ja Erfolgen kommen, es muss ja, es muss ja. Nein, ich heile jetzt mein, ey, ich will, ich will, dass er sich in dieser Part entgückelt, lass dir nichts ab, scheiße für dich. Hey, trifft doch! Klatsch! Hey, schon wieder Doppelteam. So, Kalmzahn, ich mach dich fertig. Ja, Elezabra, und das hat mir tausend, also wenn ich jetzt ganz allein mit Elezabra, mit Garnaby das fertig gemacht hätte, hätte ich tausend EP jetzt abbekommen, das ist sehr viel für so ein kleiner Knirps. Und jetzt? Wow, viertausend! Pokedollar! Jetzt die Entwicklung von Elezabra. Eigentlich habe ich ein stärkeres Zebra. Und die Entwicklung von Elezabra sieht echt geil aus, mit zwei, so höher, ne? Das heißt, Zebritz, Zebritz heißt es ab jetzt. Ich schau mal schnell die Werte. Schon 80 KP. 68 Gangriff, das ist sehr gut, sehr gut. Und die Initiative ist sehr hoch. Scheiße ist nur die Verteidigung und die Spezialverteilung. Sonst ist alles okay. So, jetzt kann sie sich gar noch viel entwickeln. Ähm. Kann ich super trinken, oder was? Verarsch mich nicht. Das gibt's doch nicht. Oh. Hoffentlich kann ich ja noch bis zur Ordnerleiterin. Hey, komm doch mal! Da kommt er schon. Jetzt! Woo! Da vorne ist die Erinnerleiterin. Ah, wir sind noch angekommen. Ja, raus! Das sieht geil aus. Was ist denn da hinten? Das sieht echt geil aus. So. So. Was soll ich jetzt machen? Meine Pokémon. Sie haben jetzt. Ich will jetzt keinen Hippatrank einsetzen. Okay. Keine Sinne wäre nichts. Okay, Leute. Die nächsten Parts werden wir dann gegen die Erinnerleiterin kämpfen gegen Camilla. Und aber wie das rausgeht, das seht ihr einen nächsten Part. Also bis dann und ciao!